Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Diagnose. Ich habe ein neues Diagnosegerät und das würde ich gerne euch einmal heute vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um meinen Launch CRP123. Mit diesem Diagnosegerät können wir folgende Steuergeräte auslesen. Die Motorelektronik, die Getriebelektronik, ABS-ESP sowie den Airbag. Das sollte für die meisten Anwendungen auch vollkommen ausreichen. Wir werden uns das Teil gleich einmal angucken, sowie am Fahrzeug einmal ausprobieren. Ich werde künstlich einmal Fehler einbauen, sodass wir dann auch prüfen können, ob er die Fehler ausliest, sowie die Fehler auch löschen kann. Denn ich hatte schon mal ein Gerät, mit dem man zumindest die Fehler auslesen konnte, aber nicht löschen konnte. So ein OBD-Scanner, mit dem man keine Fehler löschen kann, ist sinnlos. Oder im Endeffekt auch rausgeschmissenes Geld. Deswegen bin ich mal gespannt. Das Teil kostet aktuell 139 Euro bei Amazon. Das ist der Preis, den ich dafür bezahlt habe. Und für diesen Preis kann man eigentlich schon ein bisschen was erwarten. Ich würde sagen, wir packen das Teil jetzt erstmal direkt aus, gucken, was alles im Lieferumfang ist. Und dann gehen wir direkt ans Fahrzeug. So, das ist das Gerät. So wird es geliefert in dieser Verpackung. Wir machen das einmal auf und sehen dann, wir haben hier einmal das Gerät. Wir haben dann einmal ein OBD-Kabel, ein USB, ein Micro-USB-Kabel, sowie einen USB-Adapter für eine Speicherkarte. So wie so ein paar Silikat-Tütchen, damit das Ding nicht feucht wird. Und zwar haben wir hier von der Unterseite des Geräts einmal so ein Slot, den wir öffnen können. Und hier befindet sich eine Speicherkarte. Eine 8 GB Speicherkarte ist schon mit dabei von SanDisk. Also auch kein schlechtes Produkt. Auf dieser Speicherkarte sind die ganzen Softwarestände drauf, beziehungsweise die ganzen Fahrzeuge. Und hier drunter haben wir dann nochmal eine Anleitung. Und in dieser Anleitung steht beschrieben, wie man bei dem Gerät ein Update durchführt. Ein Update wird auf jeden Fall empfohlen, bevor ihr das Teil das erste Mal benutzt. Ladet euch den kompletten neuen Softwarestand runter. Der Link, der hier drin steht, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich packe euch den richtigen Link in die Videobeschreibung. Wie gesagt, dafür gibt es nämlich dann auch hier diesen USB-Adapter, wo ihr die Speicherkarte reintun könnt. Das schließt ihr an eurem PC an. Dann zieht euch einmal den neuen Softwarestand auf die Speicherkarte, sodass das Gerät mit den neuesten Informationen, mit den neuesten Fahrzeugen versorgt ist. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Gerät zu sagen? Also wir haben hier rundum einen gummierten Mantel. Der ist aber fest aufvulkanisiert. Und hier oben den Anschluss für das Kabel. Das liegt ganz gut in der Hand. Ist gar nicht mal so klein, ehrlich gesagt auch. Fühlt sich sehr gut an. Wir haben hier gummierte Knöpfe. Alles super. Wir haben eine Power-LED. Und hinten entsprechend noch die Seriennummer. Wir schließen das Gerät mal an. Dafür nehmen wir uns hier dieses Kabel einmal. So, und haben hier dann ein entsprechend recht langes Kabel. Das ist fast einen Meter lang. Wird ja 80 Zentimeter bestimmt. Das heißt, wir können auch außerhalb des Fahrzeugs arbeiten. Hier noch eine Schutzkappe drauf. Für den OBD-Stecker. Den tun wir direkt beiseite. Und ich bereite jetzt das Auto vor. Und dann werden wir damit einmal eine Diagnose machen. Beziehungsweise die Fehler auslesen. Und einmal durchs Menü scrollen gucken, was das Teil noch so für Funktionen hat. So, ich stöpsel das Gerät jetzt mal an. Dann gucken wir mal, wie lange der braucht, um zu starten. System startet. TF-Card wird initialisiert. So, und da ist er schon. Dann gucken wir mal erstmal in die Einstellungen. Schauen, was wir da so machen können. Wir können natürlich die Sprache einstellen. Wir haben hier Chinesisch wahrscheinlich, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch. Portugiesisch und Polnisch. So, wir haben eine Maßeinheit. Können metrisch oder kaiserlich. Piepser. Das heißt im Prinzip nur, ob der... Ob der im Prinzip immer ein Tönchen von sich gibt, wenn man irgendwie was drückt. Und können hier im Prinzip noch den Aufzeichnungsmodus starten. Das heißt alles, was wir mit dem Gerät dann machen, wird auf der Speicherkarte abgelegt. Und dann könnten wir uns das später nochmal ansehen. Zum Beispiel Fehlercodes, die werden dann erstmal abgespeichert, bevor man die halt dann löscht. Und dann kann man sie sich danach trotzdem nochmal angucken. So, Hilfe. Ja, Einbaulage, Diagnoseanschluss. Da haben wir eine schöne Erklärung. Haben hier einmal eine Fehlercode-Bibliothek. Wir können hier direkt einen Fehlercode eingeben. Und uns im Prinzip anzeigen lassen, was dieser Fehlercode bedeutet. Haben hier Abkürzungen. Denn es kann sein, dass er uns im System häufiger mal solche Abkürzungen anzeigt. Fuel Sys, Load PCT, ECT, etc. Und dann können wir uns hier einmal anzeigen lassen, was das bedeutet. Fuel Sys heißt zum Beispiel Kraftstoffversorgung. Status der Kraftstoffversorgung. Oder wir gehen jetzt zum Beispiel auf... Was haben wir hier noch so tolles? Ja, RPM weiß man natürlich, was das heißen soll. RPM ist im Prinzip die Motordrehzahl. MAF ist der Luftmassenmesser, also die Luftmasse im Motor, die angesaugt wird. Und wie gesagt, insgesamt haben wir hier 49 Begriffe, die erklärt werden. Haben hier nochmal Tool-Informationen, also welche Version wir gerade haben. Und hier nochmal OBD. Was ist OBD? Erklärt er uns hier nochmal. Ich habe ein paar Fehler eingebaut. Einmal im Motor. Ich habe eine Einspritzdüse abgezogen. Sowie den Stecker vom ABS-Steuergerät abgezogen. Und das sollte er uns dann auch beides einmal hier anzeigen gleich. Ich gehe in Diagnose. Ich kann einmal die EOBD oder OBD2-Diagnose machen. Das heißt, er fragt selbstständig alles ab. Und sucht sich das passende Protokoll raus, mit dem er kommunizieren muss. Oder wir gehen direkt über eine Fahrzeugauswahl da rein. Und hier sehen wir einmal, welche Fahrzeuge auch alle unterstützt werden. Das heißt BMW, VW. Wir haben hier Ford. Wir haben hier Chrysler. Wir haben hier Fiat. Kia, Jaguar. Land Rover, Opel. Porsche sogar. Wir haben hier Seat. Ja, Skoda natürlich. Suzuki. USA, Ford und Volvo. Und wir gehen jetzt in dem Fall in BMW rein, weil ich hier mein 5er dran habe. Ist kein X3 natürlich. Und dann lädt er sich einmal jetzt das passende Protokoll und verliest einmal die Steuergeräte aus. Kann natürlich nicht kommunizieren, weil ich die Zündung nicht an habe. So, die Zündung ist an. Jetzt soll er es nochmal probieren. Diagnose-Modus. Wir können automatischen Modus oder manuelle Auswahl machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in die manuelle Auswahl gehen, können wir uns direkt mit einem bestimmten Steuergerät verbinden lassen. Im automatischen Modus fragt er einfach alle vorhandenen Steuergeräte ab. Im manuellen Modus können wir zum Beispiel in die Motorelektronik, in die Getriebesteuerung, ins ABS rein, Lenkwinkelsensor, Airbag, Verteilergetriebe, elektrische Servolenkung und SIM-Sicherheits- und Informationsmodus. Weiß ich nicht. So, das wäre das, was er hier in dem Fall unterstützt. Wir gehen einfach mal auf automatisch und gucken uns, was er jetzt an Steuergeräten hier in dem Fall ausliest. Der müsste ja natürlich Motor haben, Automatikgetriebe müsste der uns anzeigen, ABS-ESP und auf jeden Fall Airbag. So, da er jetzt natürlich jedes Steuergerät abfragt bzw. guckt, ob das überhaupt vorhanden ist, dauert das entsprechend eine Zeit lang. Das ist wie beim VCDS, wenn man beim VCDS einen Autoscannen macht, dann fragt er auch erstmal alle Steuergeräte ab und das kann entsprechend halt ein bisschen dauern. So, in dem Fall zeigt er uns jetzt hier drei Steuergeräte an, die Motorelektronik, die Getriebesteuerung und das Airbag-System. ABS-ESP hat er jetzt nicht, weil ich den Stecker abgezogen habe. Das heißt, er kann gar nicht mit dem Steuergerät kommunizieren. Den stecke ich gleich wieder drauf und dann müsste er den gleich wieder hier erkennen. Vorher gehen wir jetzt einmal kurz durch die Steuergeräte, gucken, ob einmal irgendwie was drin ist. Wir gehen einmal ins Airbag-System, gucken, ob wir hier irgendwelche Fehlercodes drin haben. In dem Fall natürlich nicht, weil die Airbag-Lampe auch nicht leuchtet. Wir können einmal ins Getriebesteuergerät gehen, können gucken, ob hier irgendwas drin ist. Hier hat er tatsächlich was drin. Kann Timeout ASC-DSC aktueller Fehler? Also Current heißt, es ist statisch gerade. Wir können uns hier auf OK den Fehlercode einmal speichern, um ihn später irgendwie nachzugucken, wenn wir möchten. Wir können auch den Fehlerspeicher löschen. Und er hat er natürlich immer noch drin, weil ich vermute, dass das ABS-Steuergerät nicht angeklemmt ist, er nicht kommunizieren kann und die Stabilitätskontrolle über das Getriebe dann natürlich nicht funktionieren kann. Müsste aber dann gleich funktionieren, sobald wir das ABS-Steuergerät wieder am Start haben. So, dann gehen wir einmal in die Motorelektronik, gucken, ob wir hier was drin haben. Aktivierung Zündung Zylinder 5, Zylinder 3, Zylinder 6, Zündstrommessung bei mehr als zwei Zylindern. Zündung Zylinder 2, Zylinder 4, 1, 5, 6, Fehlzündung, Fehlzündung, Fehlzündung. Aktivierung Warnus, weil ich auch den Stecker vom Warnus abgezogen habe, funktioniert das Magnetventil natürlich in dem Fall nicht. Und wir haben kein Signal vom CAN-Bus im ASC-DSC, das heißt Stabilitätskontroll, resultierend daraus da natürlich das ABS-Steuergerät nicht verbunden ist. So, ich werde jetzt einmal kurz das ABS-Steuergerät wieder verbinden und gucken, dass wir dann die Fehler davon auf jeden Fall einmal löschen können. Wir haben mal kurz raus. Das muss eben kurz weg. So, da bin ich wieder. Wir können jetzt einmal noch mal kurz rausgehen. Wir können jetzt nochmal hier die automatische Steuergeräte-Auswahl machen. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Steuergeräte verlassen, das Fahrzeug im Prinzip, und gehen jetzt wieder rein. Gucken, ob jetzt das ABS-Steuergerät auch wieder da ist. So, und wie wir sehen, haben wir jetzt wieder vier Steuergeräte, unter anderem halt natürlich das ABS-Steuergerät. Können gucken, ob jetzt hier irgendwie ein Fehler drin ist. Es ist kein Fehler drin, dann ist alles in Ordnung. Können wir jetzt einmal kurz ins Getriebe reingucken, ob der Fehler da ist. Okay, er ist da. Wir versuchen jetzt mal zu löschen. Und gucken jetzt nochmal. So, Fehlercode ist raus, da die Kommunikation zum ABS-Steuergerät wieder vorhanden ist. Motorsteuergerät, gucken wir nochmal kurz die Fehlercodes. Haben jetzt noch zehn Fehlercodes hier übrig. Weil die beiden ABS-Fehler raus sind. Können hier einmal den Fehlerspeicher löschen. Und haben keine Fehlercodes mehr. Bis dahin funktionieren im Prinzip alle Geräte, die löschen die Fehlercodes und zeigen sie erstmal nicht mehr an. Wichtig ist jetzt, ob der Fehlercode wirklich gelöscht ist. Das erfahren wir halt nur, wenn wir jetzt das System nochmal neu starten. Das heißt, komplett rausziehen und einmal Zündung, Auszündung ein. Und das ganze Gerät einmal von neu starten. Das hatte ich nämlich schon gehabt. Das zeigt ja an. Oh, cool, Fehler gelöscht. Aber in Wirklichkeit war der Fehler gar nicht gelöscht. Deswegen testen wir einmal hier, ob er das macht. So, einmal wieder neu starten. So, und wir gehen wieder in die Diagnose. Wir gehen direkt in den BMW rein. Lass uns nochmal die ganzen Steuergeräte auslesen. So, und dann gehen wir nochmal in die Motorelektronik wieder rein. Lesen einmal wieder die Fehler aus. Und hier sind wirklich keine Fehler mehr drin. Da können wir sagen, das Ding funktioniert wenigstens. Er löscht wenigstens die Fehler. Was man von den ganz billigen nicht erwarten kann. So, was können wir hier noch machen? Wir können den Datenstrom lesen. Das heißt, Live-Daten anzeigen lassen. Können uns hier in dem Fall Motor-Daten. Das Gemisch anzeigen lassen. Den Leerlauf, Leichtlaufswert. Zustand der Pomat, aktive Werte. So ein paar Sachen können wir uns halt hier anzeigen lassen. Wenn wir jetzt sagen, Motor-Daten, dann können wir auswählen. Insgesamt 28 Werte pro Seite. Vier Stück haben jetzt hier in dem Fall Motor-Drehzahl, Fahrgeschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur. Gucken, was wir auf der nächsten Seite haben. Kühlmitteltemperatur, Motoröltemperatur, Ansaugluftemperatur, Signalpedalweg-Sensor. Machen wir uns mal hier die drei. Escape bestätigen. Dann zeigt er uns die drei hier an. Signalpedalweg-Sensor liegt bei 0,74 Volt. Wenn ich jetzt das Gaspedal durchdrücke, geht er bis auf 4,6 Volt hoch. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal auf die nächste Seite. Drosselklappenwinkel, Drosselklappe Spannung, Anpassung, Umgebungsdruck, Spannung, Luftmassenmesser. Das können wir mal probieren. Die Luftmasse. Zack. Einspritzdauer. Batteriespannung. So, dann haben wir die Spannung am Luftmassenmesser, die Luftmasse relativ, die Einspritzdauer und die Batteriespannung. Das können wir natürlich jetzt gucken, indem wir den Motor starten. Und dann sehen wir die Einspritzdauer, wir sehen die Luftmasse, die er sich reinzieht und die Spannung des Luftmassenmessers. Sieht soweit alles plausibel aus. So, entsprechend gehen natürlich die Werte wieder alle runter. So, wir haben hier echt wirklich viel, was wir uns anzeigen lassen können, muss ich sagen. Also, das gefällt mir wirklich gut. Können wir mal im Getriebe nochmal gucken. Hatten wir jetzt, glaube ich, schon, im Fehlerspeicher. Und wie gesagt, bei dem Fahrzeug können wir halt in diese vier Steuergeräte rein. Muss ich sagen, arbeitet sich ganz vernünftig mit. Ist natürlich kein günstiges Gerät. Gibt natürlich schon Geräte ab 20 Euro irgendwo, so Handheld-Geräte, die sind ein bisschen kleiner. Geht natürlich aber auch deutlich höher. Das heißt, man kann auch schon 2, 3, bis 1.000 Euro für diese kleinen Handheld-Geräte, für den Privat- und Halb-Profi-Bereich ausgeben. Hier muss ich sagen, mit 139 Euro, die das Ding aktuell kostet, vollkommen okay der Preis. Man kann hier recht feine Sachen mit machen. Er arbeitet recht zügig, hängt sich nicht auf, er löscht die Fehler wenigstens. Ich muss sagen, das ist echt vollkommen in Ordnung. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da stehen noch ein paar Details dazu drin. Und ja, ich würde sagen, wir sind hier durch. Danke schön. Vielen Dank. Ok. care Vielen Dank.